Nein, ich hab deinen Papierkram. Hast du ihn gelesen? Ich bin nicht dein Hampelmann. Hör auf, mich zu beleidigen. Geld ist nie das Problem. Jetzt hör mir mal zu. Du akzeptierst einfach den korrekten Preis. Klar? Was? Hau ab, Tobi! Du machst mich krank! Zehn Dollar sind nicht genug für so viel Laub. Werd erwachsen, Tobi! Mac, ins Internet, bitte. Befehl unbekannt. Ich suche nach einem alternativen Text. Suche alternativen Sex. Was? Auflistung. Nein, ausschalten. Lieber auf dem Bauernhof.de Abbrechen. Spaß mit Früchten.com Oh, super! Dosen darf. Du glaubst wirklich, du kannst das? Hol mir Eis! Wow! Das ist es! Ein Roadtrip. Ich krieg keinen Urlaub. Kommt schon, Jungs! Bevor wir zu alt dafür sind! Das mit dem Abschlagen muss ich noch üben. Nein, das mit dem Motorradfahren musst du noch üben. Von Touchstone Pictures. Sie suchten das Abenteuer. Was hast du getan? Ich hab ihren Schuppen gesprengt. Oh! Ich weiß, das war böse. Und machten eine Reise. Geh ran, Baby! Die sie nie vergessen sollten. Sie ist perfekt. Ich wollte etwas Witziges sagen, aber mir fiel nur Witze über Schwarze ein. Immer raus damit! Was haben wir da? Vier Fälle von unsinnlicher Entblößung. Zwei Fälle von unsüchtigem Verhalten. Ein Fall von... purem Neid. Hast du keine Hosen an? Nein. out-AND- datasets. so wrap